Musik Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stapenbach im NS19 am Dienstag. Morgen einen wunderschönen, ja gestern ist die Folge leider ausgefallen, aber ihr wisst es ja, dass ich momentan auch noch in der Erweiterung oder im Bau der Terrasse bin und war halt eben ja spätabends Zeit für das Aufnehmen finde und das auch nicht immer und deswegen ist halt eben gestern ausgefallen, aber ich bin hier, ich habe auch schon ein bisschen was vorangemacht und zwar ich habe mir schon mal den Xerion hier geschnappt und eben gerade eben schon mal die erste Bahn von unseren Wiesen, die eigentlich, wo reif ist, mal längst gefahren. So, dann müssen wir mich jetzt aufpassen hier hinten. So, und ich habe jetzt tatsächlich zwei Tage vorgespielt nochmal in der letzten Früh, die ich gesehen habe, war ja tatsächlich noch nichts reif. Bin ich der Meinung auf wie bei, ich habe nochmal nachgeschaut und die Wiesen und Felder waren noch nicht reif, die sind jetzt reif. Und, ja, das heißt, wir können dann auch schon gleich mal wieder zum Drescher beginnen. Ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen Radio an. So, dann passt das. Ich fahre jetzt hier, ich mähe jetzt schnell wie bis hier zu Ende. Und dann werde ich mir gleich mal den Drescher schnappen und vielleicht mal beginnen unsere Felder abzudreschen. Weil da haben wir ja auch noch, ich glaube, Weizen haben wir angesiedet, sobald ich weiß. Und da kriegen wir eben dann auch noch Stroh runter, das wir erstens für die Schweinchen brauchen. Und zweitens brauchen wir den Weizen für den Seedmaster, Seedmaker, wie ihr auch immer hier nennen wollt. Der eben hier vorne vor unserem Haus steht. Und dann können wir endlich mal auch, ich kann halt mal die Wundumleuchten ausmachen. So, und dann können wir endlich dann auch unser eigenes Saatgut produzieren. Und dann in der Weiteren, wenn vielleicht bei den Schweinen ein bisschen besser läuft, auch von der Nordfriesischen Marsh Mod Package oder Produktionsmod Package, die Dünger, ähm, ja, gibt's, ja, ich glaube, die Düngerproduktion, ich glaube, eine andere Produktion gibt's tatsächlich gar nicht mit draufnehmen. Oder was heißt eine andere Produktion gibt's nicht, aber die Düngerproduktion ist, glaube ich, die, was man auf jeden Fall noch am wichtigsten ist, was uns bis jetzt noch am meisten Geld abzieht. Und, ja, kann jetzt sein, dass vielleicht der, ähm, Ton ein bisschen lauter ist. Ich hab da, also der Ton von den Attraktoren, ich hab da ein bisschen was rumgestellt. Ich muss jetzt nachher auch nochmal gleich nochmal gucken, weil, ich weiß nicht, früher war der Ton immer zu leise und jetzt ist immer irgendwie zu laut. Ich glaube, das kommt einfach mit dem Alter, dass man, umso älter man wird, halt einfach die Musik oder die Dinger halt einfach, ähm, auch wenn man mit dem Headset nicht gerne ganz so laut wird. Oder meine Ohren sind einfach gerade empfindlich, durch, ähm, wenn ich draußen mit der Motorsäcke doch schneide, am Traktor fahren, Fliesen schneiden. Und, ja, das ist alles nicht so ganz leise. Ich finde, da werden die Ohren dann schon ein bisschen befordert, kann auch da ran liegen. Oder weil ich einfach schon relativ ein bisschen müde bin, weil es einmal schon spät ist, kann auch da ran liegen. So, diese haben wir auch schon gleich wieder. Die Schmettlingskombi mit 10 W-Teil von Klaasleiter Funktion geht da schon schnell voran. Aber ich werde es tatsächlich so machen, wie immer, ähm, das heißt, ich werde... Hallo. Okay, jetzt sieht es nochmal aus vorhin gerade in der Kameraansicht, dass es ein bisschen anders ausgeschaut ist. Und, ja, wir haben tatsächlich, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, wir haben ja, äh, von der BGA diese 96.000 gekriegt. Oder nicht die 96.000, aber, ich glaube, wie viel Geld hatten wir denn zum Schluss noch? Dann warten wir immer allzu viel. Ich glaube, 40.000, 50.000 haben wir gekriegt für die, ähm, Silageballen. Und, wenn wir mal gucken, ob wir dafür, ähm, eine Wiese oder ein Feld kriegen, ich glaub's nicht. Bei ganz... Oh, stopp, 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 stopp. Scheiße, ich habe Fehler gemacht, so. Ähm, weil... Ganz so billig sind die Felder und Wiesen ja hier auch nicht. Außer man hat ein richtig, richtig kleines Feld oder Wiese. Ich schließe jetzt einfach, wenn ich Feld trage, Wiese mit ein. So, dann geht's hier wieder rein. Verkehr. Ich sehe, die ist um 6.48 Uhr morgens noch nicht unterwegs, die pannen noch alle. Also, die die Arbeit müssen, die fahren meistens erst um 7 los oder je nach welchem Job sie haben, auch schon früher. Wir als Landwirt müssen natürlich früh anfangen hier. Das werden teilweise nicht schaffen, was wir mit dem zu tun haben. Oh, blöd, was bleibt gleich weg stehen. Ähm, weiß nicht, soll ich euch einen kleinen Teaser geben? Ach komm, ich gebe euch einen ganz, ganz kleinen Teaser. Und zwar, ihr könnt euch schon mal auf ein kommendes... Ähm, das hab ich gerade so gesund ausgeschaut, da vorne mit dem Frontmereber. Auf ein kommendes neues Projekt freuen, ähm, auch im Multiplayer. Auf eine gut bekannte Karte, die ich selber tatsächlich schon... Also, ohne Aufnahme, also offline. Knapp 700 Stunden lang gezockt habe. Und... Ja, es wird auf jeden Fall geil. Es wird ein... Ja, ich glaub... Ne, mehr sag ich euch einfach nicht. Mehr sag ich euch noch nicht. Weil... Es soll ja kein voll voraus... Es ist... Es soll sich euch ja freuen, wenn es ein neues Projekt startet. Und das war schon mal ein kleiner Teaser. Die Karte könnt ihr mir... Wenn ihr raten wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde dann trotzdem wahrscheinlich nicht sagen, richtig oder falsch. Aber wenn dann das Projekt startet, seht ihr ja, ob ihr richtig oder falsch geraten habt. Aber wie wär, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wird auf jeden Fall ziemlich witzig. Oh, ich hab vergessen, ich wollte jetzt eigentlich den Trescher schnell ansetzen. Äh, ja, ich mehr das Stück kann ja noch ein normaler gleich, wenn ich's nicht wieder vergesse. Aber ich muss jetzt dran denken, ansonsten... Das gibt's blöd. Weil der Trescher könnte jetzt schon schön nebenbei laufen, wenn wir hier... Während wir hier unsere Bahnen ziehen. Also, der Trescher gedrückt wird so schnell. Ich glaub, ich muss ihn bei ein bisschen runterschrauben. So, auf maximal 25 kmh, glaub ich, sowas ist auch realistisch. Aber ansonsten ist er schon ein bisschen overpowered. Finde ich. So. Eieieieieieieiei. Das wird nix, das ist ungesund, das weiß ich jetzt schon. Das heißt, ich probier jetzt einfach, ob's besser ist, wenn ich hier ein bisschen takt... Ja, oh Gott. Ah, gut. Nichts passiert. Okay, wir sind drüben. Eieieiei. So, springen wir aber gleich schnell zum Trescher. Ne, ne. Doch, da haben wir einen. Das Teil brauchen wir jetzt. Wollen wir mal... So, Tore aufmachen. So, umleuchten an, passt. So, jetzt wenden. Dann haben wir uns mal hier das... ...Schneidwerk, zack. Alles habe ich schon schön angeglichen mit der Halle hier. Ja, und das passt auch. Ich habe mir auch schon ein bisschen Mühe gegeben hier. Ähm, fahr ich hier noch nicht hin. Ich fahr gleich zu, äh, zu den oberen zwei Feldern. Und wo brennt hier noch Licht? Ach, das ist das Licht von der Halle an sich. Okay, das schaltet wahrscheinlich schon ein bisschen später aus. Äh, da hinten brennt auch noch. So, hier geht's noch ein bisschen tief runter. Ja, ja, ich muss da schon noch ein bisschen, teilweise Sachen ein bisschen angleichen, umbauen. Aber das kann ich auch schnell zeigen. Das habe ich heute mitgemerkt. Was ziemlich witzig ist. Hier ist der Boden tiefer. Hier ist er wieder eben. Tiefer. Eben. Wieder tief. Wieder eben. Und hier fällt einfach nur drunter. Also, irgendwie sieht er ein bisschen komisch aus. Also, wenn man jetzt hier zum Beispiel so drüber läuft, äh, es ist eher ein bisschen wellig angeordnet. Aber ich glaube, das wollte hier nicht so gehören. Meines Erachtens. Weil ich habe mir gefragt, wieso hängt da denn, da, der Schlepperdreieck so schief dran. Und dann habe ich gesehen, oh, da fährt ja der Boden ganz runter. Oh Gott. Ach, das ist ja das Problem wieder. Ähm, ja. Ich hände natürlich jetzt auch den Waldpfahl, aber ich schiebe jetzt einfach zurück. Aber das mag der Drescher und der Schnellwerkswagen nicht, weil mich hier die Kurve zu eng fährt. Ich habe mir gerade gesehen, dass ich in der Schleckseine nehme ich so weg, weil er irgendwie dann in den Reifen reinpackt. Anscheinend, wahrscheinlich vermute ich jetzt einfach mal. Laut meiner LS-Erfahrung. So, wir stellen den, ähm, Schnellwerkswagen wieder ganz dreist. Dann machen wir mal beim Nachbarn der Wiese ab. Was natürlich da mal problematisch werden kann, weil wenn es um uns gehört, dann fahren wir sie kaputt. Oh. Nicht ganz optimal, ne? Äh, gut, kann man auch nichts machen. So, das Schneidwerk ist dran, da passt. Da würde ich sagen, beginnen wir gleich mal. Ähm, warte mal. Haben wir da drin Soja-Bunden? Nee, oder? Nee, nee, okay. Ist auch Weizen. Okay. Haben wir überall Weizen draufgehalten? Aber ich glaube schon. Nee, auf die 80 kann man Soja-Bunden wegen den Schweinchen. Okay, gut. Dann erreiche ich das noch. Das heißt, wir stellen die zwei Felder als erstes und dann kommt, äh, zum Schluss der Feld 80. Oh. Das sind wir natürlich wieder so optimal. Und der Drescher braucht aufklappen. So, ich muss jetzt gucken, weil, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt häxeln oder Schwadablage. Okay, wir haben Schwadablage. Äh, häxeln, wir müssen wir Schwadablage anmachen, so muss ich sagen. Ähm, wir haben hier keinen Fuß, das weiß ich. Deswegen machen wir einen neuen. Der 86, holen wir den mal zwei. Jo, jo, das passt so. Ähm, ja, nehme ich es so an. Äh, stell jetzt in die andere Richtung. Schade. Aber, okay, drinnen wir hier mal ganz kurz. Oh Gott. Alles dann wieder auf. So, hier dürfte es dann... Kollege, wieso mach schon nicht? Es ist eigentlich egal. Ich lasse mich mal was in Licht an. Ähm, Und mal Dreschen Unterstrich F 6 und A Ah, ich hab schon wieder vergessen. War es die 86? Oh, es war die 86. Halleluja. Okay, gut, viel Spaß. Die Kollege, ähm, schnappen wir schnell uns den Steyr. Und mit den zwei Anhängern. Wir haben mal das Abfahrgespanne nach. So. Oh Gott. Eie, äh, ein bisschen auf den Rand drauf gefahren. So, mal ein bisschen zurück. So, jetzt passt's. So, wir müssen gelaufen, weil wir dürfen dann ja auch nicht den Fehler machen und, ähm, die Soja-Bonn dann mit den zwei Hängern runterfahren. Sonne, und da brauchen wir ja den kleinen, was wir uns extra gekauft haben. Ansonsten wird's eh- Oh, war ganz knapp. Ansonsten wird's problematisch mit dem Stall da unten. So, da sind wir hoch den Berg. Ist er schon an der zweiten Bahn, das passt. Dann können wir nämlich da drüben den Abfahrer abstellen. Moinsen, ich bin echt da. Ah ne, er ist noch an der ersten Bahn. Egal. Ich bin ja trotzdem hier abstellen. Ich glaube, hier fährt eh keiner. Da stört auch keiner. So, passt. Der kann man ja immer hier stehen lassen. Der, ja, trifft brav weiter. Das passt. Da waren wir. Ist natürlich wieder alles ausgegangen. Man kennt's. So, haben wir aber schnell wieder angeschaltet hier. Moinagisch ja gleich wieder rein oder weiter mit dem MWN. Aber wir sind ja wirklich gespannt, wie viel wir jetzt dann bei der nächsten. Uh, warte mal. Fickert was. Eigentlich haben wir das alles doppelt gedüngt. Oh, nee, schade. Hm, aber wir können... Sollen wir es nochmal düngen? Das ist halt die Frage. Das ist halt wirklich die Frage. Hm. Ach komm, jetzt haben wir hier schon angefangen. Ich glaube, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Ah, das habe ich komplett vergessen. Siehste. Hm, muss ich demnächst dran denken. Ich werde das jetzt aber auch gleich direkt, nachdem ich hier die, ähm, abgemäht habe und Ballen gepresst und weggebracht habe, werde ich direkt mit dem Düngerstreuer nochmal mal drüber heißen. Aber das habe ich ja komplett vergessen. Ja, es war auch schon Nacht und ich hatte eigentlich dann, äh, geplant, eigentlich direkt vorzuspulen. Naja. Da vergisst man halt mal schnell. Ich habe ja beim letzten Mal dran gedacht. Aber, wir haben hier jetzt Felder 77 doppelt gedrückt. Zum, ähm, abbernten noch, was wir Ballen machen können. Das heißt, ich glaube, die Ballen, was uns dann weniger hier rauskommen, äh, gewinnen wir auf jeden Fall auf dem anderen Feld wieder dazu. So, ich glaube, es war... Oh, okay, ich sagte, irgendwas gespeichert. Da war doch... Oh Gott. Ich habe, die Kamera war leider im Baum drin. Oder im... Genau, was hat man denn dazu? Im Laub? Ja, so. Oder in den Ächten, ich sage jetzt mal Ächten. Weil Laub ist ja... Na ja, Laub stimmt eigentlich auch echt egal. Ich sage jetzt mal mal Äschel dazu. Und ja, ich habe mir noch gedacht, irgendwo kommt da vorne ein Baum, der wohnt da relativ weit dritten steht. Ja, genau in dem Moment kam er. Nicht ganz so toll. Ganz und gar nicht so toll. Aber mei. Wir haben ja keinen Schaden davon getragen. Wurde ich mal. In echt wäre jetzt, glaube ich, das Mähwerk leicht. Was heißt leicht? Es wäre auf jeden Fall... Verdeut, verbogen. Und es nicht mehr gut zu benutzen. Der Traktor an sich, glaube ich... Oh Gott, Ocano ist... Äh... Wahrscheinlich einfach mit dem Feld fertig. Aber er sagt trotzdem, er muss entladen werden. Bei voll kann er auch von dem kleinen Feld, wird er doch nicht voll. Alter, der hat 11.000 Liter Volumen im Tank. Oder Platz. Und auch wenn Weizen drauf ist. Aber trotzdem, das ist so ein kleines Feld. Ach, null oder Lohnzahlung. Das kapiere ich auch bis jetzt immer noch nicht. Wieso man das einfach nicht mehr einstellen kann, ob man Lohnzahlungen zahlen will oder nicht. Verstehe ich nicht, muss ich sagen. Verstehe ich nicht. Also wir fahren schon bei starken Kurven was kaputt. Aber ich habe das Gefühl nicht mehr so viel. Ich glaube, dieses Mal werden wir auf jeden Fall alles am Tag easy durchschaffen. Weil es ist gerade 7 Uhr und wir haben schon richtig gut vorgelegt. Wenn wir uns ranhalten und nicht drödeln und so weiter, schaffen wir das richtig gut. Ich mache die Arbeit hier mit dem Meen fertig und dann setze ich den Thresher schnell um. So, dann passt das. Weil ich will nicht die ganze Zeit beim Arbeiten in die Nacht reinkommen. Das ist immer nervig. Und deswegen habe ich extra geguckt, dass jetzt alles direkt am Morgen direkt reif ist. Dass man alles direkt durch starten kann. Weil dann mit Glück ist dann so, dass am nächsten Tag auch die Wiesen und Felder alles schon wieder reif ist. Wobei ich habe dort das Wachstum normalerweise auch schnell. Da werde ich gleich nochmal schnell nachgucken. Weil teilweise kommt es mir doch schon ein bisschen lang vor, wie es braucht. Oh nein, das werde ich steh gelassen. Ich weiß, dass wir es auch schon platt befahren. Jetzt ist das auch schon wurscht. Ja, das kriegen wir alles mit. Das ist wunderbar, das passt. Das nehme ich so gerne an. Und dann haben wir hier alles hoch gemacht. Dann fahren wir hier rüber. Da werden wir mit der Bremse damit ich nicht zu schnell reinfahre hier. Wie will die kleine Erdbrücke. Die richtige Brücke ist ja nicht. So, dann gucken wir mal zum Tucano. Ja genau, jetzt werde ich. Okay, aber es ist doch 74% voll geworden. Okay, es ist Weizen doppelt gedüngt. Der gibt schon ganz gut Ertrag, muss man sagen. Also wenn Sojabohn so viel geben würde. Alter. Da wird das Geld reinfießen, sag ich dir. Aber mal richtig. Äh, das spiel ich jetzt schneller pechseln. Weil das lohnt sich nicht, da irgendwie solche Schwarzspuren hinterlassen, die man dann später eh nicht auch sammeln. So, wir gucken jetzt mal, ob es da hinten noch wie viel steht. Oh Gott, da war das Loch. Ähm, ja, da steht schon mal ein bisschen was. Wir müssen mal gucken, ob ich die Ecken nicht auf komplett weich, sondern auf die Mittelstelle. Ähm, das hat die ein bisschen besser mitnimmt. Weil da lässt mich hier auch immer ein bisschen was stehen. Was natürlich in Reelife nicht geben würde, das war da auf jeden Fall vom Lohn abgezogen. Ja, okay, wir zahlen mit dem kein Lohn. Ähm, ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber gut, ne. Ja, okay, er kriegt 0 Euro, ne. Also, ich glaube... Da... was? Wieso würde das gerade nicht droschen? Ne. Muss ich nicht verstehen. So, aber das können wir ausschalten. Oh, wir müssen... ...die Plane vielleicht auch nochmal öffnen, wäre ganz... ...ähm, optimal. Oder gut. So, zack, offen. Fast and late. Oh ja, ist aber nicht... Ja, okay, ist schon nicht... Es sind kleine... ...keine kleinen Schwad... Äh, ja, Schwaden. Ich sage jetzt einmal mal Strohschwaden. Wovon hier so üblich die Pyramide geworden sind. Fack. So, dass das Leerrad passt. Dann rüßen wir gleich mal rüber auf das nächste Feld. Oh. Da war der gleich... So. Ja, ich habe mich voll gebremst. Du kommst mal. So, zack. So. So. Und dann da rin hier. Aber wir müssen wieder... Oh. Bisschen verfahren hier. So. Wieder Bahnlegen anmachen. Ähm, haben wir hier für den Kurs... Äh, stopp, warte. So, ich fahre mal meine Bahn ein bisschen lang. Das ist normalerweise... Feld 8. Es ist Feld 80 damals da. Ah, ne, warte mal. Es ist nicht Feld 80. Ich spau schon wieder scheiße. Feld 85, oder? Ja, für 85. Müssten wir aber eigentlich auch... Haben wir nicht. Oh, wir haben zwar mal 3,56. Und nicht. Halten. Ich müsste ja mal wieder was machen. Kalt. Stimmt, wir haben ja hier immer nur gehäckselt. Ja, dann ist logisch, dass wir noch keinen Kurs haben. Aber jetzt am einen. So, ich wünsche euch viel Spaß, Kollege. Mach das. Und jetzt. So. So. Dreschen. Unterstrich. Äh. Feld. 85. Passt. So. Ähm... Steyr. Steyr. Da ist er Steyr. Könnte eigentlich hier stehen lassen. Ich glaube, ich fahre trotzdem... Schnell auch die andere Wiese rüber. Äh. Was lage ich gerade? Da habe ich das andere Feld. So. Kommt davon, wenn man schon wieder an zum... Äh, an zum Weiter-Milien-Denk. So. Gaut hier auch ein bisschen weg. Aber hier habe ich gehalten. So. Wir können ja hinten auch mal aufmachen. Wir mixen im Hänger drin. Den können wir eigentlich offen lassen. So. Das passt. Hier stört kein. Der macht das sauber. So. Hier waren wir. Modus ist natürlich wie immer aus. Ist zwar sparend, aber... Teilweise auch ein bisschen nervig gemacht. Aber gut. Müssen wir uns leider damit anfreunden. So. Aber ich komme hier mal ein bisschen tiefer runter. Ich komme hier mal ein bisschen tiefer runter. Weil es irgendwie... Ich finde in der letzten... So am Morgen. So 7, 6 Uhr. Und wenn noch so ein Morgendämmerung finde ich ihn wirklich richtig geil. Ich weiß nicht, ob sich das auch so findet. Aber zum Beispiel Abenddämmerung oder so. Finde ich nicht ganz. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber so ein Morgendämmerung finde ich wirklich geil. Muss man wirklich sagen. Das heißt, noch alles so ein bisschen schön feucht. Und auch herrlich. So viel ganz frische Luft ist es einfach. Oh, ich habe vergessen. Ah, egal. Ich wollte eigentlich das Merebogen machen. Das müssen wir halt dann beim nächsten Mal umdrehen machen. Oder dran denken. So. So, jetzt denke ich aber dran. Zack. So, jetzt sehe ich wieder was. So, für 77 werde ich, ähm, ja, den CP-Fader machen lassen. Das wisst ihr ja schon. Und währenddessen schnapp ich mir schon mal den 6M und werde hier, ähm, oder den Johnny dem nach. Weil ich muss ja die Felder hier noch schwaben, äh, die Riesen hier noch schwaben. Äh, what? Das ist natürlich kein Problem, den können wir auch gerne mal ein bisschen vorfahren hier. Boah, ich bin ja. I Denver da, aber das wird schon wieder weiter. Ich denke, ich denke, ich denke, dass jemand wieder seine 真的 so weit Entwicklung ist ja toll. Ich denke, ich glaube, mehr Gott ist, ich glaube, machen wir keine Le transaction. Wenn wir nicht gehen, betreuen mir da, äh. Ich denke, wir tanken nicht ab. Okay, gut, er fährt weiter. Ähm. Was wollte ich sagen? Äh, ja, weil er schon ein Risiken realise 못 lässt, wenn da Schweden liegen. aber gut, egal ähm so, was ihr seht und ist schon wieder der Motor, wir waren noch nur ein paar Sekunden weg Junge, Junge, Junge so, ich fahre den nochmal schnell zu viel 77 über aber ich darf mich auch schon von euch mal wieder verabschieden denn wir sind vor heute auch schon wieder fertig, liebe Leute wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch lassen das wäre natürlich sehr nett und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde auf der Stadtbach und zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade und bis dahin wünsche ich allen einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen, haut rein und ciao, ciao Outro Outro